Ja, bitte sehr! Danke! Mähä! Juhu! Was für ein Glück wir haben! Wir können uns um den Eiswagen kümmern, solange die Pinguine zum jährlichen Watscherin im Frostwald sind. Mh, Karottenguave, meine Lieblingssorte. Warte, wir sollen das Eis herstellen und es nicht essen. Entschuldigung. Gut, dass ich das hier gebaut habe. Ja! Tunga! Oh-oh! Oh, raus aus dem Wagen! Raus aus dem Wagen! Ich bin ganz klebrig. Lass das. Das ganze Eis ist geschmolzen. Wir haben den Pinguinen das Geschäft ruiniert. Hey, und was ist mit der Eis- und Schneemaschine? Eine super Idee. Die Maschine bringt arktischen Wind den ganzen Weg aus dem Frostwald hierher. Schnell stellen wir alles zurück in den Eischrank. Und fertig. Wir haben's geschafft. Problem gelöst! Wir haben uns eine Belohnung verdient. Ein Eis? Nein, nie wieder! Wir werden unsere schicke Modeboutique für heute schließen. Dann hast du mehr Zeit, nochmal singen zu üben für dein großes Konzert heute Abend. Los, lass uns anfangen. Ähm, das hört sich gar nicht gut an, Flab. Flab, kann es sein, dass du wegen heute Abend etwas nervös bist? Jeder hat ab und zu schon mal Lampenfieber gehabt. Hatte ich auch schon. Und du weißt ja, was passiert, wenn ich nervös werde. Jetzt hab ich's. Es gibt nichts Besseres, als sich etwas Schickes anzuziehen. So bekommst du sicher mehr Selbstvertrauen. Es wird Zeit, dich mal richtig aufzuhübschen. Mich aufzuhübschen? Nein, keine der Sachen steht dir so richtig. Aber eine Idee hätte ich da noch für dich. Ich Dummerchen, was hab ich mir nur dabei gedacht? Hä? Du siehst perfekt aus, so wie du bist. Wirklich? Hm? Du musst überhaupt nicht nervös sein. Ha. La, 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 la. La, 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 la. Ich liebe Spaziergänge am Morgen. Es gibt immer so viel zu sehen. Eingeholt! Das war Absicht? Aber natürlich war es das Sprint. Ja! Oh, da ist eine Seidenpflanze. Wow! Hab ich was verpasst? Sieh mal ganz genau hin und du wirst eine große Überraschung erleben. Das Blatt hat genießt. Das ist kein Blatt. Guck mal genauer hin. Ja, Schmetterlinge! Was man alles Schönes sieht, wenn man sich ab und zu Zeit dafür nimmt. Ah, hübsch! Hey, er will ein Bettrennen! Ja! Ein Bettrennen! Das war auch Absicht. Ja, natürlich war es das. Zeit für ein Schläfchen. Oh, das war eine schöne Melodie. Ich sollte sie Caper vorspielen. Ich schreibe ein Lied! Oh, ich frage mich, wo Caper ist. Alles, was ich will, ist, dass es gut riecht! Erdbeeren und Sonnenlicht! Das war's! Jedes Lied braucht einen Schlagzeug-Solo! Oh, Mann, der ist Schokolade! Sag nicht gerade Schokolade! Schokolade! Ja, die ist super! Popcorn! Hey, Caper, wo bist du gewesen? Ich hab versucht zu schlafen. Was hast du gesagt? Ich habe versucht zu schlafen! Schlafen? Ja! Oh, entschuldige bitte, das hab ich nicht gewusst. Ich werd dafür sorgen, dass du das wunderbarste Schläfchen aller Zeiten halten kannst. Jetzt fehlt nur noch ein Schlafliedchen. Caper ist so süß, sie ist so süß. Oh, ja. Okay, Sie sind fertig, Herr Specht. In der nächsten Zeit sollten Sie steinhartes Holz besser meiden. Ja, Sprint, es ist Zeit zu schließen. Was ist los? Oh, nichts, nichts, alles gut. Warum fängst du nicht schon mal an, ein bisschen Ordnung zu machen? Oh, okay. Ich will Sprint ja keine Angst einjagen, aber eine leuchtengelbe Zunge heißt nichts Gutes. Zähne, Zähne, Zitzen, Zungen. Oh, nicht gut, das ist gar nicht gut. Fertig! Oh, ups. Ich bin halt ein Schussel. Sieh mal, ein Raumschiff. Ein was? Das muss ich mir wohl eingebildet haben. Kannst du bitte die Wattebärchen auffüllen? Ah, okay. Eine Behandlung bei grüner Zunge ist dringend erforderlich. Oh nein, gar nicht gut. Kein Grund zur Panik, bis die grüne Zunge... Blau wird, du meine Güte. Lutscher? Oh, deswegen hat deine Zunge die verschiedenen Farben. Aha, jetzt komm. Und ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte, du bist krank. Ich glaub, das seh ich auch. Das waren wohl zu viele, Lutscher. Was für eine tolle Idee, ein Actionporträt zu zeichnen, Flick. Seh ich eher so nach mehr Abenteuer aus oder vielleicht so? Genau so. Und jetzt schön stillhalten. Oh, ich weiß, wie ich noch mehr nach Abenteuer aussehen kann. Weißt du noch, wie wir durch das Kerellenriff getaucht sind? Wir sind stundenlang getaucht. Wir hatten noch tagelang Sand in unserem Fell. Und wir haben so viele Fische gesehen. Große Fische, kleine Fische. Oh, oh, und damals, als wir einfach unsere Sand gepackt haben. Nein, nein, nein. Und in die Berge gefahren sind. Wir sind geklettert und geklettert und geklettert. Und dann sind wir mit einem Fallschirm wieder runtergesprungen. Weißt du noch? Wir sind einfach vom schroffen Gipfel hinabgesegelt. Der Ausblick war wunderschön. Wir haben uns wie Felge gefühlt, die durch die Wolken gleiten. Das war ein fantastisches Abenteuer. Oder? Weißt du, was noch besser wäre? Vielleicht Bogenschießen oder Fechten. Oder weißt du, was noch viel besser wäre? Warte! Fertig! Oh, lass mich mal sehen. Ich liebe es. Es ist bunt. Genauso wie ich. Ja! Felicity und Flick werden unsere Macaroni mit Karotten lieben. Und zum Nachtisch gibt's leckeren Karottenkuchen. Miam, 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 miam. Guck mal! Oh nein! Wo sind denn die Karotten alle hin? Bis zur nächsten Ernte dauert's noch Wochen. Oh, und was machen wir jetzt? Ich weiß es auch nicht, weil... Was machen wir denn nur mit den ganzen Blättern, Flick? Hui! Tja, wenn wir nicht wissen, wohin, haben wir eben Spaß damit. Hui! Ja, das macht Spaß. Zusammenhaken müssen wir die Blätter trotzdem. Felicity, Flick, wir müssen das Abendessen heute leider absagen. Anscheinend läuft der Tag bis jetzt für keinen von uns gut. Hä? Wie meinst du das? Wir haben hier so viele Blätter und wissen nicht, wohin damit. Mir fällt gerade die perfekte Lösung für all unsere Probleme ein. Mulch! Nichts lässt Pflanzen besser wachsen als nasse, aufgeweichte Blätter. Aber bis das Gemüse spießt, dauert es noch ein paar Tage. Das heißt, wir haben immer noch nichts zu essen für heute Abend. Tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Arme Brie. Wie wär's jetzt mit einem Zauber? Ja, wieso ist mir das nicht eingefallen? Mit einem Zauber wird sie sich wieder besser fühlen. Wow, der Mulch hat wirklich gute Arbeit geleistet. Ich hätte nicht gedacht, dass Korotten so schnell wachsen können. Lasst uns essen. Wie wär's jetzt mit einem Zauber?